Heute ist Tag 10 und wir sind heute von Jerusalem hierher gefahren nach Joppe an den Strand vom Mittelmeer. Und gleich fliegen wir nach Hause und hatten hier jetzt einen ganz wunderbaren Gottesdienst noch. Ja, hier sind die Begebenheiten von Jona, wo er in ein Schiff stieg und nach Tarsis fliehen wollte von Gott weg. Und Jona war ja ein Prophet und er hätte ja wissen müssen, dass Gott auch in Spanien ist. Und so sollen wir nicht sein, so widerspenstig und ungehorsam und das war sehr eindrücklich hier. Und auch die Begebenheit von Petrus war hier mit dem Haus, wo er auf dem Dach war, wo das Tuch herunterkam, mit den vielen unreinen Tieren. Diese Geschichte hatten wir auch hier noch kurz gehört und jetzt fahren wir zum Flughafen weiter. Ja, von hier begann eigentlich das Christentum in alle Welt sich zu verstreuen und auszustrahlen. Und jetzt packen wir zusammen, fahren zum Flughafen und bis bald. Bis bald zu Hause.